Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu New Super Mario Bros U. Ja, ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden, das heißt ich kann noch ein bisschen müde wirken. So, in der Hülle des Stachelfilms. Ich will da nicht rein. Ich will da wirklich nicht rein. Ah, ein Feuerblumen. Was, jetzt nix? So ernst? Boah, meine Stimme hört sich doch gerade ein bisschen scheiße an, finde ich. Egal. Ja, das war mir so klar. Sieht so aus, als ob man da rein könnte. Und dann nur für dreckige Mützen. Oh, und da auch nur eine scheiß Münze. Ich baue einen Power-Up. Fress das, du scheiß Fisch. Ich habe den getroffen. Und first Starcoin. Sieht so aus, dass man da auch rein könnte. Nein, komm mal nicht, komm mal nicht. Okay. Okay, ich sehe es ein. Auch nur für dreckige. Was gibt es hier so viele Secrets für dreckigen Münzen? Oh, der kam gerade. Nein, jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Scheiße. Weck dich. Kann man die bekommen? Ja, okay, kann man... Oh, 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 oh. Okay. Mit Ray. Mit Ray. Zwei? Ist das? Nein. Okay, der eine geht weg. Ich wollte schon sagen. Okay, hierfür brauchst du die Feuerblume. Ich darf die jetzt noch nicht verlieren. Sonst bin ich im Arsch. Okay. Ist das die zweite? Ist das die zweite? Da. Oh. Ah, stirb, stirb. Da frau schon Cooper. Da sind nur Münzen. Ah, je, je. Okay, 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 okay. Was sind? Drüber springen? Nein! Dafür bekomme ich ja nur so einen dreckigen Warner. Ah, ich erinnere mich an die Starcoin. Ich erinnere mich. Als ich das Letztplay beim Wolf gesehen habe. Der wusste nämlich nie, wie man da reinkam. Ich weiß das auch nicht mehr. Oh, nee. Oh, nee. Damals hatte ich das Letztplay vom Wolf gesehen habe. Da habe ich mir nur gedacht, bist du blöd? Da sieht man doch, wo man rein muss. Nein. Fick. Dich, du. Ey, ich hasse den Kugelfisch. Gibt es irgendeinen, der den Kugelfisch mag? Ich bringe den rum. Okay. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Echt? So kommt man an die Starcoin? Okay, dann habe ich damals wirklich nie gewusst, was man da machen muss. Dann habe ich mich wahrscheinlich auch gefragt, so, äh, wie willst du da dran kommen? Aber okay, okay. Jetzt nur noch das Ziel. Komm schon. First try, man. First try. Komm schon. Gib mir den first try. Ja. Ja. Ja, haha, haha. Oh, 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 oh. First try. Oh, danke schön. Oh, scheiß Kugelfisch. Ey, weg da, weg da, weg. Geh da weg. Boah. Ich hoffe, da gibt es kein Secret Excellent im Level. Ich hoffe, es ist so sehr. Ja, ein Secret Exit und spring raus, ey. Hallo. Da unten gibt es aber auf jeden Fall... Ne, doch nicht. Es gibt aber auf jeden Fall wirklich viele Secret Exits hier, aber ich kann mich an keins mehr erinnern. Das kann mir sehr, sehr zum Verhängnis werden. Gräuturm des Grauen. Ne, das geht nicht die Scheißdinger. Scheiße, die. I hate him so much. Eieieieiei. Nein, ich hab gedacht, da komme ich noch durch, aber nee. Hätte ich mit rechnen müssen. Sieh was? Ja, warte, ja. Ein dreckiger Mini-Pilz. Natürlich, oh, da ist ne Wand. Entschuldigung. Entschuldigung. Da oben kann ich rein. Okay. Da ist ja ne fucking Starcoin. Da ist ja eh ne fucking Starcoin. renn! Ach ja stimmt, ich kann doch an Wände laufen. Bin ich ein Idiot? Der Mini Mario kann doch an Wänden laufen. Da ist auch etwas. Komm. Ja, hau direkt die zweite. Bleibe ich klein? Ja, okay. Ich glaube sogar alles Starcoins Musste man holen, während man klein ist Ich meine, daran könnte ich mich noch erinnern Ich will klein bleiben Nein Nein, nein, nein 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 Oh mein Gott Ich hab's so kommen sehen Jetzt brauch ich nicht einen Minipilz Jetzt hab ich einen Minipilz hier Nein, ich will Nein, jetzt hab ich nicht der genommen Warte, den wollte ich doch gar nicht nehmen Scheiße Jetzt kann ich hier wenigstens durchwaschen Dann können wir hier den Pilz holen Oh, ich meine, wann müsste Mini-Mario bleiben dafür Das wäre ziemlich bitter, wenn ja Weil ich glaube, du bekommst den nur einmal im gesamten Level Und den musst du behalten Das meinte ich mich erinnern zu können Nein, den hab ich nicht kommen sehen Den hab ich sowas von nicht kommen sehen Mario, was tust du denn Ja, genau Ich meine, dafür Da wäre der irgendwo gewesen Ich bin mir auch nicht mehr sicher Scheiße Wo ist die letzte Starcoin Wo ist die dreckige letzte Starcoin Ich will die suchen Selbst wenn ich da nur mit Mini-Mario ankomme Ich will wissen, wo die ist Okay, wie heißt die Blume? Kann man die Dinger vereisen? Glauben nicht mehr Nein, kann man nicht Okay Okay, ich sehe es ein Da kommt jetzt einer Da oben ist die Mini-Röhre Okay, ich hab's in Ordnung Muss tatsächlich für immer Mini-Mario bleiben Okay, dann machen wir den Boss Erstmal nochmal Ah, nicht noch da reinlaufen Dann müssen wir da nochmal rein Ist aber nicht schlimm Ist nicht schlimm So, was kannst du jetzt, mein Freund? Ach, du kannst jetzt fliegen Ah, hey Ich wünsche, das könnte ich auch, mein Freund Ach, Pams Ja, das geht Ach, Pams Ach, wie göttlich ist das denn, bitte Geil Ich wusste gar nicht, dass das geht Ah, wie cool Das war ja eine einfache Runde hier Da gibt's auf jeden Fall ein Secret-Exit-In Auf dem Level gibt's ein Secret-Exit Das weiß ich In dem hier In dem hier Der geht nämlich einmal nach rechts Und einmal nach oben Aber hier müssen wir kurz nochmal rein Ich will heute noch die dritte Starcoin holen Wo war jetzt der Mini-Mario-Pilz? Hier war die Eisblume Die brauch ich schon Ja, ist mir egal Ich bringe mir eh gleich Mini-Mario Ja, Mario Ach Gott, bist du ein Idiot Nein, 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 nein Mein Mario Okay Ich soll mal die Abgezungen nehmen Wir dürfen's jetzt nur nicht verkacken Wir dürfen's jetzt nur nicht verkacken Und das hätte ich schon fast getan Warum aktiviere ich den Point überhaupt? Ist doch total sinnlos Ah, spring rüber Ah, spring rüber Okay Lauf, lauf, lauf Oh mein Gott Oh mein Gott, hierzu Hierüber Nein Ich wusste es Ich hab's so gewusst Ach komm Okay, ich muss Ich muss noch kurz in das Level rein Okay Ich hoffe, der Checkpoint ist jetzt nicht aktiviert Nein, der Checkpoint ist immer noch aktiviert Ach guck, nein Nein Hier müssen wir doch irgendwo nochmal den Mini-Mario bekommen Die können doch nicht verlangen, dass du da einmal komplett durchrennst Das kann doch nicht deren Ernst sein Aber ich glaub schon, dass das deren Ernst ist Das ist das Problem Das ist wirklich deren Ernst Das kann doch nein Das ist doch nein Ich will die dritte Starcon heute noch bekommen Egal was ist Ich glaub, ich muss hier im Midwaypoint holen Damit der andere weg ist Hol ich den grad mal schnell Nicht, dass ich das nicht so schnell könnte In der Höhle des Stapelfichs Scheiß jetzt einfach mal auf alles Warten Ja Oh Jetzt drüber springen Bitte, da ist ein Item drin Nein, okay Oh Mario Ja, 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 ja Okay Okay, wir schaffen das jetzt Ich aktiviere diesmal nicht den mit Raypoint Ich hoffe, ich denke dran Der ist immer noch da Ich hab doch hier grad den Midwaypoint Nein 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 Ich will den Midwaypoint heute holen Äh, den Midwaypoint Ja, genau Ich will den Midwaypoint heute holen Ja Sehr schlau Egal Stehe ich zu Zack So Nein Ach, jetzt fickt euch doch mal Jetzt ganz ehrlich Wisst ihr was? Ich geh jetzt in die fucking erste Welt Und roll den Midwaypoint im ersten Level Ich hab doch kein Problem Die anderen sind mir alle zu schwer Oh mein Gott Ja, so weit bin ich So weit runtergegangen bin ich Dass ich schon ins erste Level gehen muss Um einen Midwaypoint zu schaffen Das Kaufpädt auf keiner ab Aber wie ich hier einfach mal so durchskille Das ist der Wahnsinn Da ist der Midwaypoint Und ich mach das jetzt auch noch zu Ende Damit er mir nachher nicht mehr sagen kann Ich hab hier das doch gar nicht geholt Ne, 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 Leute Na, ja, 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 nein Jetzt wird abgerutscht Schade Der perfekte Run ist zerstört So Bitteschön War das denn jetzt so schwer Einfach mal einen schnellen Level zu beenden Das ist mir jetzt scheißegal Wie lange die Folge geht Ich hole diese verpickt Das sagt mir heute noch Das ist mir kack egal Äh, äh, äh Kann das minen Okay Nicht den Midwaypoint aktivieren Nicht den Midwaypoint aktivieren Dran denken Denk dran Das ist purer Tod Wenn du das tust Ich weiß ja jetzt wo Nein Fall da Mario Ey, du bist so ein Lappen Ganz ehrlich Ein Lappen der Nation Nein Mario Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Mario Aufpassen Da Nein Oh mein Gott Take me home Nein Warum hab ich das getan? Achso, okay Nicht den Midwaypoint aktivieren Danke Ich krieg das hin Ich krieg das hin Weg mit dir Okay 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 Nächste Stufe Okay 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 Jetzt kommt die beschissenste Stufe Okay Wo kommt der? Da kommt einer Da kommt aber immer zwei Okay 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 Oh mein Gott Nein Nein Ich trau mich nix Ich trau mich nix Das ist doch krank Ja Nein 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 Oh Mann Gib mir doch einfach die scheiß Starcoin Dann bin ich doch weg hier Ich wollte gerade schon sagen Super, jetzt schläbe ich jetzt schon Boah, diese Stelle, ne, die ist einfach so extrem für den Arsch Konzentration Einfach nur Konzentration Okay Oh, das ist knapp Okay, Konzentration weiter bei Konzentration einfach weiter bei Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott jetzt bringen wir dir letztes tag nach hause bitte das musste auch noch hier überleben okay 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 wir sterben jetzt nicht sterben jetzt was dann ist es doch nicht in dem level da unten oh mein gott wie gut ja natürlich ich will nicht speichern meine liebe freunde nach anstrengungen haben wir es endlich geschafft wenn es euch gefallen hat schaltet im nächsten blatt wieder ein wir haben jetzt drei levels zur auswahl drei darüber würde ich mich sehr freuen wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin sage ich tschüss